Wenn von einer Krankheit weltweit mehr als eine Milliarde Menschen betroffen sind, wenn diese Krankheit tatsächlich jahrzehntelange Einschränkungen, Leid und frühzeitigen Tod bedeutet, dann sollten wir sicher gehen, dass es uns nicht erwischt, oder? Und wenn wir selbst quasi mit Hausmitteln diese Krankheit verhindern können, dann ist das doch wohl ein Thema für uns. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Worum geht es? Es geht um Adipositas. Genau. Nicht um Corona oder Dengue-Fieber, sondern um schweres Übergewicht. Definiert durch einen Body Mass Index von 30 kg pro Meter Quadrat oder höher. Und das ist seit über 20 Jahren in Deutschland als chronische Erkrankung mit dem Namen Adipositas anerkannt. Ab einem BMI von 30 hat man nicht einfach nur ein paar Kilo mehr auf den Hüften. Hier ist der Stoffwechsel nicht mehr gesund und das kann und sollte behandelt werden. Warum? Nicht deswegen, weil es nicht dem Schönheitsideal entspricht oder weil irgendwer nur schlanke Menschen um sich haben möchte, sondern weil diese Erkrankung mit dem Namen Adipositas auf Dauer nicht alleine daherkommt, sondern zu schweren Folgeerkrankungen führt, wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und wie wir wissen auch zu mehr Demenzerkrankungen und zu mehr Krebserkrankungen. Und spätestens damit einher gehen körperliche und geistige Einschränkungen, Schmerzen und Leid und frühzeitiges Ableben. All das nicht unbedingt sofort, natürlich, aber in jedem Fall viel zu früh. The Lancet ist eine der angesehensten und ältesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. The Lancet veröffentlicht Beiträge unter anderem zu klinischer Forschung, öffentlicher Gesundheit, Gesundheitspolitik und medizinischer Praxis. Sie ist bekannt für ihre strengen Peer-Review-Prozesse, die sicherstellen, dass die veröffentlichten Artikel von hoher Qualität und wissenschaftlichem Standard sind. The Lancet hat vor einer Woche eine Studie zu den weltweiten Trends im Bereich Untergewicht und Fettleibigkeit veröffentlicht. Und dabei kam folgendes heraus und die Zahlen von The Lancet, denen darf man Glauben schenken. Im Jahr 2022 waren auf der Welt 532 Millionen Erwachsene, Jugendliche und Kinder untergewichtig. Klammer auf, Hunger, Klammer zu. Und im Jahr 2022 waren 1,073 Milliarden Erwachsene, Jugendliche und Kinder schwer übergewichtig. Nicht übergewichtig, schwer übergewichtig. Mehr als eine Milliarde Menschen mit Adipositas. Jeder achte Mensch auf diesem Planeten. Die Zahl der stark übergewichtigen Menschen hat sich seit 1990 etwa verdoppelt. Bei den Kindern und Jugendlichen haben sich die Zahlen fast vervierfacht. In kaum mehr als 30 Jahren. Da rollt also keine Welle auf uns zu, sondern ein Tsunami. Und dann denke ich an die Folgeerkrankungen, die damit einhergehen werden. Von Bluthochdruck über Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes bis hin zu mehr Krebs und Demenzerkrankungen. Aber wir sind hier nicht bei den Schwarzmalern. Es geht darum, wie du und ich genug unternehmen, damit wir nicht eines Tages feststellen, dass wir nicht einfach nur ein paar Kilo Körperfett mehr als nötig mit uns herumschleppen, sondern viel zu viele. Solange wir jung sind, im Saft stehen, körperlich aktiv sind, uns artgerecht ernähren, gelingt uns das relativ leicht. Es fällt schon schwerer, wenn wir nicht so sehr auf die Ernährung achten und wenn wir dann ein paar Jährchen älter werden, nicht mehr ganz so aktiv sind. Und wenn sich dann die Hormone umstellen, dann kippt das vielleicht irgendwann. Was ist zu tun? Die Ernährung spielt die größte Rolle und sie muss artgerecht sein. Und das heißt, sie muss genügend Eiweiß enthalten und nicht zu viele Kohlenhydrate. Und dann darf die Kalorienmenge, die ich zu mir nehme, nicht dauerhaft meinen Bedarf überschreiten. Einfach nur, weil es lecker ist. Über all das sprechen wir hier ja häufig genug. Artgerechte Ernährung gehört auch dazu. Schritte, die Muskeln ab und zu und Vollgas. Gut schlafen, gut entspannen, lernen mit Stressfaktoren gut umzugehen. All das ist geprägt von Gewohnheiten und Gewohnheiten, die dich auf den falschen Weg bringen, solltest du finden und durch bessere Gewohnheiten ersetzen, Schritt für Schritt. Du kannst das Thema Adipositas für deine Zukunft lösen, allein mit Hausmitteln, in der Küche, auf den Beinen, im Bett und im Kopf, indem du die wichtigsten Gewohnheiten in wenigen Lebensbereichen auf gesund umstellst. Der beste Zeitpunkt dafür war gestern. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Heute oder morgen oder am Wochenende von mir aus. Falls schon geschehen, bingo, dann hast du den besten Zeitpunkt erwischt. Falls du dann noch ein paar Kilo übrig hast, dann verliere keine Zeit. Falls du betroffen sein solltest und dein BMI über 30 liegt, dann sei ehrlich zu dir und hol dir Behandlung und Unterstützung, die es braucht. Auf meiner Webseite ralfbohlmann.com slash adipositas habe ich eine Handvoll Anlaufstellen und Informationsstellen verlinkt. Oder schreib mir an ralf at barefootway.de und ich gebe sie an dich weiter. Falls du jemanden kennst, den du unterstützen möchtest, dann gib gern den Link zu der Seite weiter ralfbohlmann.com slash adipositas. Dann kann derjenige sich einfach selbst informieren. Ich war von der Zahl in der Studie echt überrascht. Eine Milliarde Menschen nicht übergewichtig, sondern schwer übergewichtig. Das ist wirklich krass. Und wir machen in Deutschland keine Ausnahme. Bei uns ist jede fünfte Frau und jeder vierte Mann betroffen. Und immer mehr Kinder. Das zeigt, wie fehlgeleitet und unnatürlich unsere Ernährung weltweit geworden ist. Und wenn ich mir dann die offiziellen Ernährungsempfehlungen ansehe. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat wieder mal was Neues rausgegeben. Zusammengefasst steht da, esst mehr Pflanzen, weniger Fleisch. Und jetzt mal kurz nachgedacht. Der Fleischkonsum in Deutschland ist bereits in den vergangenen 30 Jahren deutlich zurückgegangen. Allein im Jahr 2021 um etwa 2 Kilogramm pro Kopf. Entsprechend zugenommen hat der Anteil pflanzlicher Nahrung seit 30 Jahren. Zeitgleich hat sich der Anteil von Menschen mit Adipositas verdoppelt. Bei Kindern vervierfacht. Also in den 30 Jahren, in denen die Menschen das getan haben, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, sind sie sehr, sehr viel kränker geworden. Und pünktlich zum neuen Jahr empfiehlt die DGE mit dem Brustton der Überzeugung weiter so. Und bitte noch mehr davon. Genau das werden wir kriegen. Noch mehr kranke Menschen mit Adipositas. Solange der DGE nichts besseres einfällt, als auf Fett, Eier, Fleisch, Cholesterin und vollkommen herumzureiten, wird sich nichts ändern. Erinnere mich gerne in 5 Jahren wieder an meine Worte. Du weißt, was zu tun ist. Artgerechte Ernährung. Okay? Viel Spaß dabei. Heute ist Koro der Partner dieser Podcast-Folge. Koro ist der Versender für haltbare Lebensmittel von hoher Qualität, häufig mit Biosiegel und in sinnvollen Verpackungsgrößen. Das Ganze ist fair gehandelt und direkt beim Erzeuger eingekauft, wodurch die Preise trotzdem gut sind, weil der Zwischenhandel einfach entfällt. Was nicht frisch sein muss, bekommst du gut und günstig bei Koro? Schau dich einfach mal um bei korodrugerie.de und verwende dabei den Rabattcode RALF für 5% Rabatt auf deinen Einkauf. Übrigens jedes Mal wieder. Korodrugerie.de, Rabattcode RALF. R-A-L-F. Bis die Tage, dein Ralf Bohlmann. R-A-L-F. Bis die Tage, dein Ralf Bohlmann.